Hallo Leute, es geht weiter im Bonus-Kapitel von, ja, Hänsel und Gretel, des Spielestag Pebbles 3, der Schmerz der Schneekönigin. Wisst ihr ja langsam. So, wir haben jetzt hier diese Spinne und ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht mit Zange und Handschuhe. Ich gehe nochmal zurück. Kann ich hier bei den Kristallen und Blumen was machen? Oder eher mit dem Ding da rein? Hm. Vielleicht muss ich auch in den Raum gerade eben zurück. Weil hier kann ich ja damit nichts machen. Die Spinne geht nicht. Das ging auch damit nicht. Dann gehe ich mal hier nochmal eben hin. Zange, Handschuhe. Vielleicht halt bei dem Schloss hier irgendwas. Nee. Angeblich. Angeblich doch aber. Hä? Verstehe ich die Karte jetzt falsch? Weil hier ist ja auch was Graues. Das heißt, hier war ich noch nicht. Ist klar. Da, wo die Prinzessin da hinten oder was auch immer, wer da immer steht. Und das wäre eigentlich das Haus. Und das, ähm... Stand da gerade was? Brich ins Lebkuchenhaus ein. Ja, aber wie denn? Mit dem Mondarmreif? Ähm... Vielleicht hat das hier mit dem Mondlicht damit zu tun, oder? So mit diesem Mondarmreif? Nee. Auch nicht. Habe ich hier irgendwas übersehen? Hier gibt es für mich jetzt nichts zu tun. Ach, dann doch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Bin ich hier total falsch? Muss ich hier irgendwas machen? Mit der Zange vielleicht das Ding bauen? Hä? Leute? Was wollt ihr denn von mir? Ach, ich soll mit Handschuhe und Zange den Pfeil da... Der Oga war so dankbar, dass er mir einen Schlüssel in Form eines Lutschers gab. Lutscherschlüssel. Ah, das finde ich toll. Einen Lutscherschlüssel. Ja. So. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber wirklich erschrocken. Die Hexe ist ausgeflogen. Das ist meine Chance, Gretel zu retten. Oh, wie gruselig. Das ist die da auf einmal. Hihihi. Okay. Wie viele noch? Vier von sechs. Okay. Lecker. Das ist aber ein großes Stück Kuchen. Doch Vater sagt, es gehört sich nicht, Dinge zu nehmen, ohne zu fragen. Ein Gartenes Leben ist ein schreckliches Stück. Bring mir etwas schäferes zu spielen, und ich werde deine Probleme lösen. Bitte schön. Nee? Na gut, dann was anderes. Dieser Schaukelstuhl sieht genauso aus wie der zu Hause. Ach, wenn Vater mich jetzt nur in den Armen halten und mir Geschichten vorlesen könnte. Okay. Silbernetz ist für gewöhnlich flüssig, doch bei Kontakt mit magnetischen Objekten verfestigt es sich. Ja. Aha. Ah, die Hexe, hallo. Das ist die schrecklichste Person, die ich je gesehen habe. Ich muss Gretel befreien, und zwar schnell. Ja, da oben ist irgendwie auch noch so eine Aussparung oder so, sehe ich. Oh. Hansel! Die Wälder sagt, sie wird mich in den Nachtsstuhl. Sie hat es zusammengefasst und wir werden bald wieder zurück. Na dann werden wir mal das hier schnell erledigen. Mein Lieblingsspiel. Ach ja, ein grüner. und ein blauer, das wäre dann... Das ist dann falsch. Ach, ich mache ganz von vorne nochmal. Also hier oben gehe ich irgendwie ungern lang. Man könnte natürlich auch hier lang gehen. Kriege ich aber nicht genug blaue, glaube ich. Ja. Oder? Wenn ich auf, glaube ich. Und das war jetzt auch blöd. Zu viele Grüne, schon am Anfang anscheinend. Aber das mit den Blauen war nicht schlecht. Ich habe mich leider gerade noch auf die Blauen konzentriert. Das war ein bisschen doof. Warte, ich gehe mal direkt runter. Ich weiß, ich gehe immer ganz raus und kann hier zurückgehen. Aber manchmal ist es trotzdem schneller. Ähm, so. Moment, ich darf die Grünen nicht so viel nehmen. Das haut doch mit den Grünen nicht hin. Nee, das haut so nicht hin. Ähm. Kann man denn mal die Grünen umgehen? Gar nicht irgendwie. Und wenn ich die umgehe, so, darf ich keinen Roten mehr nehmen. Nur noch zwei Blaue und vier Grüne. Warte, das kriege ich doch hin, oder? Eins, zwei, drei, vier. Und einen Blauen. Jawohl, okay. Gut. So, fünf von sechs von die Hexe und die Göttin. Dann habe ich jetzt noch einen kleinen Hammer. Hier muss die Hexe wohl schlafen, aber schlafen Hexen eigentlich? Keine Ahnung. Ja, Gretel ist ja gut. Nur eine besondere Axt kann einen Baum aus Gold fällen. Die böse Hexe wird sich nach ihrer Rückkehr sicher einen Schluck Wein gönnen. Soll ich denen dann noch einen Schlaftrunk reintun? Und dieser Schrank sieht aus, wie die, die Vater an seiner Werkstatt macht. Schau mich, Hansel. Ja, Clementine, wir holen dich ja schon raus, dann demnächst. Ich weiß nicht, was angsteinflößender ist, in einem dunklen Wald gehen oder im Haus der Hexe zu sein. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine schwierige Frage ist. Wo ist denn jetzt dieser goldene Baum? Steht der nicht hier draußen? Hier ist der Lebkuchenschlüssel. Muss noch mehr im Haus sein, oder? Obwohl, warte mal. Kleinen Hammer. Kann ich damit vielleicht hintenrum was jetzt machen? Oder mit... Nee. Könnte ja sein können, dass man den doppelt einsetzt. Gut, dann wimmeln wir erstmal. Wenn man das Wimmeln nennen kann, ne? Ich suche ja nur quasi nach überschüssigen Objekten. Richtig wimmeln dauert länger. Ich gucke aber nebenbei schon mal immer, was ich tatsächlich suche. Und jetzt nur noch dieses silberne Ding da, oder? Ja. Wunderbar. Das ging ja wieder flott. Super. Augenjuwel. Kann ich denn ihn hier damit runterholen? Kann ich damit die... Nein. Gut, dann... Nicht. Dann nicht. Nee, das bauen glaube ich auch nicht. Obwohl mit dieser Axt... Nee, ne? Also, das ist ja ein Hammer. Quatsch. Ging aber. Komisch. Gut, spitzer Knochen. Ja, ich und Handwerk, ne? Äh, ja. Spitzer Knochen. Spitzer Knochen dann jetzt vielleicht, um ihn da frei zu schnibbeln. Genau. Aha, jetzt hat er eine Münze fallen. Das ist schon ein bisschen eklig. Goldmünze. Und der eine hier wollte doch was Goldenes. Gold! Gold! A real gold coin! Finally, a salary other than salt that's even more savory! Now, heads or tails? Die Herrin hat eine Göttin in der Höhle eingesperrt. Die Herrin hat eine Göttin in der Höhle eingesperrt. Ja, aber sie redet immer noch, während ich rausging. Die Göttin hier in der Höhle, die wird das wohl sein. Aber, ähm, nee, so komme ich ja eh nicht vorbei. Ich glaube, da müsste ich nochmal hier irgendwas erledigen können. Ja, hier gibt es auch schon das nächste Wimmelbild. Ähm, einen Mond, den ich noch suche. Und diese Schnörkeldinger. Den da und einen roten Stein auch noch, den da. Und das letzte Teil, wo finde ich das da? Nee, noch nicht ganz. Einen Kristall suche ich auch noch. Da. Ja, dein Hähmann hilft hier aber auch nicht gerade wirklich. Gut. Ich habe jetzt hier diverse schöne Steinchen. Okay. Kann ich denn hier mit diesem Grabstein irgendwas machen? Oder? Habe ich noch irgendwas übersehen gehabt? Aha, sieht wie eine Zeichnung aus. Der Göttin. Die hat dann diese Mondscheibe als Stab. Ähm, muss ich den Stab dann auch noch finden? Oder? Wie? Was war hier jetzt noch zu erledigen? Kann ich da eins von den Sachen hinlegen? Ich glaube, das gehört woanders hin. Was ist denn hier jetzt noch? Ich glaube, da kann ich noch was bauen. Und bestimmt soll ich da diesen Mondstab vielleicht bauen. Aber ich kann hören, wie der Wind durch die Bäume pfeift. Der Nebel wird immer dichter, je später es wird. Ich habe diesen Baum, den man fällen sollte, habe ich eigentlich gedacht, den man fällen sollte. Aber nein. 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 Ach ja, dieses... Okay, alles klar. Die Aussparung habe ich selber erwähnt gehabt. Und schon wieder vergessen. Ordne jedem Symbol das passende Pendant zu. Die Wörter sind auch schön. Ohrringe sind doch eigentlich super genau. Super. Super. Okay. Und eine Flöte. Eine Flöte? Eine magische Flöte. Hier, eine magische Flöte. Will er nicht. Ich glaube, ich flöte jetzt der Spinne was vor und dann schläft sie ein. Wenigstens töten wir sie nicht für alle, die die Spinnen mögen. Das ist ja eine schöne Stratur der Götin. Die Götin hatte den Wald einst beschützt. Nun ist sie in dieser Stratur gefangen. Hier ist eine leuchtende Flüssigkeit darin, doch das Glas ist zu dick. Also auf jeden Fall muss ich das ja irgendwie alles mal, ne? Oh, ich höre Geflüster. Sowas finde ich immer ganz cool. In so einem magischen Wald, wenn das auf einmal so flüstert. Dies ist kein gewöhnlicher Baum. Er besteht gänzlich aus Gold. Ach, da ist ja der goldene Baum. Warum sind diese Kristalle überall? Das muss etwas bedeuten. Aber was? Ich weiß es doch nicht. Wo kann ich denn hier die Sachen mal einsetzen? Also diese Mondscheibe war eigentlich in ihrem Zepter, aber das geht wahrscheinlich so nicht. Was ist mit ihrem Arm, Ralf? Ah. Hm, das funktioniert hier nicht. Ihr Armband ist wunderschön. Auf ihrem Oberarm scheint jedoch etwas zu fehlen. Das ist der Oberarm. Sieht man ja auch eigentlich. Da war so eine Aussparung wieder. Die Göttin hatte bla bla. Jetzt kann ich das bestimmt hier einsetzen. Ah. Sie soll wieder leben. Mondessenz. Okay, cool. Schade, dass sie nicht lebt. Hm. Gut. Ich bin frei! Ich bin frei! Ein freiwilliger Imp! Just for that. And just this once. I'll keep my promise. Das ist ja nett. In the now unguarded kitchen is a recipe book with an eternal sleeping potion. Pour it into ex-master's wine and she'll never wake up. Ich wusste doch, dass ich sie zum Einschlafen bringen soll. Das war klar. So, ich habe hier einen Lebkuchenmann-Schlüssel. Ich finde die Schlüssel gut. Lutscher-Lutscher-Schlüssel finde ich am besten. Obwohl, einen Lebkuchenmann-Schlüssel finde ich auch gut. Warum haben wir nicht so coole Schlüssel? Mit diesem Mörser kann ich die Zutaten für den Trank mischen. Oh, wir dürfen gleich wieder ein bisschen rumkochen. Diese zierlichen Blumen gedeihen im dunklen Höhen. Fährt helles Mundig auf sie erblühen, sie augenblicklich. Na dann. Der Küchentisch sieht aus, als hätte man hier vor kurzem erst gekocht. Wir finden doch bestimmt hier noch mehr, oder nicht? Hier. Um den Trank des ewigen Schlafes zu brauen, benötigt man einen goldenen Zweig, Silbernetz und eine Mondblume. Ja. Aha. Okay. Dann muss ich das mir alles noch irgendwie organisieren. Die Nacht ist sternenklar. Ich kann die Grillen Zirpen hören. Ich möchte einfach nur nach Hause. Ja, aber ja nicht alleine. Da fehlt der Griff. Gut. Dann suche ich jetzt mal. Mal, dass ich hier jetzt reinkomme. Das ist so toll, diese neuen Orte auch immer zu entdecken. Ich bin jedes Mal gespannt, wie schön das nächste Bild ist. Ob Vater in diesem Moment wohl auch den Mond ansieht. Ich möchte nach Hause. In der Mitte dieser goldenen Scheibe ist eine winzige Öffnung. Aus der Ferne sehen die Äste aus wie die Krallen eines Ungeheuers. Zwei kleine Äxte stecken in dieser bunten Marmorkugel. Das sieht wie ein Altar für die Göttin aus. In ihren Händen scheint etwas zu fehlen. Mhm. Voll schön. Aber ich glaube, da gibt es gerade nicht viel. Da muss ich auch noch rankommen. Da auch. Ach, hier gibt es wieder was zu tun. Dann die Rose. Und ich suche halt die ganze Zeit so längere Teile. Genau. Da auch noch. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist ein bisschen schwieriger. Hm. 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 Ja. Ja, wenn man nicht weiter weiß, okay, gut, das war schon fies. Fies kann man sich aber auch denken, wenn man länger schon mal gewimmelt hat. Die verstecken sich gerne dann so am Rand. Ja, trotzdem finde ich das andere Teil jetzt immer noch nicht. Die sind beide so gleich gewesen. Ich habe sie beide nicht gefunden. Nehme ich halt noch einen Tipp. Ach nee, ich muss erst mal wieder laden. Zu viele Tipps. Ich muss meinen Hirn anstrengen. Oh nö. Vielleicht hier so, hier war auch noch gar nichts. So wirklich. Oder es ist auch wieder so am Rand irgendwo dran. Da. Jetzt aber. So, jetzt habe ich hier so einen Spiegel. Einen besonderen Spiegel? Nein. Da kommt die Pfütze, wenn ich auf die Spinne drücke. Ein Haufen Spinnweben. Kann ich die da reintun? Ähä, okay. Hm. Tja, ich weiß nicht, was ich hier, äh, gerade machen kann. Kann ich die mit dem Spiegel? Nee. Ich glaube, ich bin hier auch... Also wenn ich hier unten auf die Karte gucke, dann... Dann, dann soll ich hier, wenn wir mal, alles klar. Okay. Einfach mal nach unten laufen. So, das Teil ist fertig. Das ist ja schön. Ähm. Jetzt brauche ich noch so zwei längliche Dinger. Da ist das eine. Und da ist das andere. Sehr gut. Jetzt habe ich eine Eisenachst. Die wird mich wahrscheinlich etwas weiter bringen, auch als... Als... Die andere Momente. Komme ich damit denn jetzt mal durch diesen Baumstumpf hier? Nee, auch nicht. Dann ab mit dem Goldbaum. Nicht? Das macht er nicht. Okay, er tut es nicht. Vielleicht macht er ja die Kristalle. Ich verstehe nicht, warum er mit der Axt nicht einfach da raufhaut. Moment. Entschuldigung, da bin ich wieder. Es hat leider an der Tür geklingelt. Deswegen musste ich da kurz hineilen. Und das Ganze hier morgens in der Früh sogar. Und da ich sowieso gerade einen Cut machen wollte, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Stopp und spielen im nächsten Part weiter im Bonus-Kapitel von Hänsel und Gretel. Und ja, schauen dann mal, wie es da so weitergeht, was ich mit der Axt anstellen kann und so weiter. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann!